ooooh so, ich brauch noch eine Train Rotstein! Ja! Mein Leben hat wieder einen... Nee! Rotstein! Also, Redstone Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich hab Redstone gefunden. Ja! Was ich heute auch erfahren habe über Dyerwolf, man kann IC2-Maschinen mit Redstone betreiben Mit Redstone? Ja! Ich glaub, du brauchst einen Mod dazu, oder? Nein! Bei Redstone hat ja doch keinen Bauer-Output eigentlich, macht ja keine EU Es funktioniert anscheinend Wir haben jetzt... wäre jetzt was Neues, aber... Also, du solltest einfach in die Maschine reingepackt und... Oh, ich hab Diamant! Wow! Ratz! Drei Stunden Intuit und... Der erste Diamant! Oh, Gold! Aber Diamanten sind immer gut Ja, waren aber erst zwei Aber besser wie nix! Mhm! Sola! Smelltree ist aktiv! Julio! Braue ich nur meine Bücher Topaz? Wofür kann man den denn brauchen? Hab ich kein Holz mehr? Wie war denn dat jetzt geil? Ein Zombie mit nem Computer-Craft-Computer aufm Kopf! Ah, geil! Ja, die Hüte sind echt witzig! Ah, sie lenken ein bisschen ab, aber... Ja, sie sind schon witzig! Ich muss mir jetzt noch die ganzen... Gegenstände machen, die ich für Finkers Construct brauche! Danke! Was war das mit diesen komischen Tischen? Danke! Ich pack mal mit dem Bier weg! Ich hab übrigens Redstone gefunden! Ah, jetzt hab ich ihn auch schon! Danke! So, Bier leer! Endlich! Ein Minenarbeiter! Was sind die komische Geräusche hier? Au, au! Was ist'n dat? Ein Minenarbeiter war das! Was? Ein Minenarbeiter! Was ist das? Du bist übrigens übermeer! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Wollte mich grad runter... runtergraben, aber... Unterlass das mal! Und was machen die Minenarbeiter? Wofür sind die gut? So, wer schadet's eigentlich noch von euch... Dich zu nerven! Wer schadet's von meinen Zuschauern da jetzt noch zu? Also, zwei Leute müssten zuschauen! Ich? Ja, zwei Leute, die ich jetzt nicht kenne! Achso! Oder drei! Drei Leute müssten es sein! Also, der Dackelein wahrscheinlich! Die Frage ist, jetzt schaut der Favourite 00 auch noch zu? Diffusion ist weg! Der Bladecraft HD, wie schaut das bei dem aus? Ihr seid so leise! Wollt ihr euch nicht mit mir unterhalten? Äh, eh! Favorite 00 ist noch da! Sehr schön! Ihr könnt euch quer durchbuddeln und... Von wo bist du? Favorite 00? Ja, wenn ich fragen darf... ...dass ich mit dir auch mal... ...etwas kommuniziere! Wofür ist Salpeter gut? Äh, Salpeter ist nur zum... ...für Gunpowder oder sowas zu machen, aber sonst morst das eigentlich nichts! Okay! Kann jetzt sein, dass das durch den Mod wieder verändert wurde, seit... ...ehh... 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 ...wintium! Ja! Ja! Verus? Ne, Verus brauchst du für Technik-Mods dann. Okay. Chest. Bootstation. Also hier kann man echt irgendwo quer durchgraben und ich finde immer wieder neues. Ancel-Table. Das fehlt mir noch von den Gegenständen. Die Packbilder. Ah ja genau. Nein. Quanten darfst du nicht aufholen müssen. Ah, du hast das in Berlin-Niederösterreich. Cool. Wer ist aus Niederösterreich? Ah, Favorite. Genau. Cool hier. Guck mal hier, überall. Dann haben wir auch mal Tirol, auch mal Oberösterreich und auch mal Niederösterreich. Dann haben wir ein schöner Mix an Leuten. Mhm. Ich mach mal eben Licht. Das suck. Das ist nur die Frage, wer ist jetzt der fünfte. Ja, das ist der Saphir-Hacke. Das ist ungefähr wie Eichen. Das ist ja dahinter schon. Ja. Nächste. Bei Sascha, du schaust nicht mehr ins Stream, oder? Nein, ich schau nicht deinen Stream. Warum nicht? Ich bin mir zu, wenn ich hier noch so am Rumexperimentieren bin, du. Nur mal so eine Frage. Also bitte schau mal ins Stream. Das sind so alles zigtausend verschiedene Airzeuge. Das ist echt heftig. Ja, für mich ist es teilweise jetzt schon ein bisschen zu viel. Ein paar Bilder kann auf die Pattern Chests zugreifen. Wo ich schon verschiedene Sachen hab. Ach du Scheiße. Also wird es gut gebaut. Ja. Ich glaub, dass wir es nochmal abreißen. Das ist, äh, wie hieß das jetzt? C-Merit. Das müssen wir etwas versetzen. Wofür ist denn das gut? Was? C-Merit oder sowas? C-Merit. Wird auch wieder wahrscheinlich von dem A-S-Magick-Kamot sein, aber da kann ich dir leider nicht viel weiterhelfen. So, mal gucken, was da ist dieses Stream. C-Merit oder sowas? C-Merit oder sowas. C-Merit. 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 Glowstone? Was ist das? Was ist Infernal Hive? Infernal ist der Mod auch drauf. Magic Bees? Ah, okay. Wahrscheinlich auch so ein Bienending da. Ja, ist der Forest wie ein Bienen-Plugin oder Erweiterung halt. Ja, der sitzt mitten im Glowstone. Aber das Quantum erlaubt es mittlerweile, dass man zwischen mehreren Servern hin und her switchen kann. Echt? Ja. Das kannst du mit Dingen auch machen. Mit Nitrado gibt es auch so einen Server-Switching. Ja, aber ingame. Wirklich so, du steckst dort in ein Portal hinein und kommst... Ja, das meine ich. Das gibt es bei Nitrado auch. Okay. Ich habe zum Beispiel die Parallelwelten auf einem separaten Server. Ah. So ist die Last ein bisschen ausbalancierter. Dafür finde ich jetzt nicht mehr nach Hause. Mami! Ich habe es nicht so schwer. Ich habe einfach nur einen Gang lang gebaut. Also wenn du mal einen chemischen Gang findest, der ist von mir. Ah, ich habe meine alte Leiter wieder gefunden, wo ich dazugekommen bin, wo ich mich runtergekramt habe. Da habe ich eine Leiter wieder gesetzt zum Raufkommen und die habe ich jetzt wieder gefunden. Jetzt komme ich wieder nach Hause. Juhu! So, ich hoffe jetzt mal, dass ich auch nach Hause fände. Nachdem ich gerade zu groß gesagt habe, ich komme wieder heim. Ich bin wieder da! Aber mit Saphir baut man ziemlich schnell ab, kann das? Wie heißt das? Saphir haben ja... Fledermaus! Fledermaus! Ich will die Fledermaus! Du hast gedacht, ich kann fliegen. Komm her, Fledermaus! Ja, kann sie fliegen. Fledermaus! Komm her! Flieg doch nicht durchs Wasser! Ey, jetzt kommst du, ey! Kommst du! Siehs mit du! So, dann... Warte mal hoch! Geht doch nicht! ...wieder einschmelzen... Was braucht man für ein Linking-Book? Für ein Linking-Book? Ah, ein Unlinked-Book. Ein Unlinked-Book brauchst so ein Table, mit dem du so ein Link-Panel machen kannst. Und dann brauchst du noch ein Leder dazu. Wieso gibt es für das Unlinked-Linked-Book Recipe? Auch interessant. Geil. Ja, da brauchst du ein Table dazu. Der nennt sich... Ich weiß jetzt nicht, wie er sich nennt, aber ich auch gerne nach danach. Na, egal. Jetzt halt sich momentan sowieso noch nicht aus. Äh... Komm her! Ja, wir wohnen jetzt nicht so weit auseinander, dass wir uns nicht finden würden. Jetzt, jetzt... Nee, hab's wirklich nicht. So, und wie geht das jetzt mit der... Wie kann ich mich in die Fledermaus verwandeln? Ja, bei mir hat dann jeder seine eigene Dimension. Wie kann ich mich jetzt in die Fledermaus verwandeln? Äh, gibt es jetzt eigentlich Mechanismen, dass man eine... Eigentlich schon, ja. ...und stabile Welt stabil... ...stabil kriegt. Nee, aber es gibt nicht... Äh, es gibt mittlerweile einen Weg, dass es eine stabile Welt immer wird. Weil man gewisse... Okay. Es ist ja das... Ähm... Deins Ohr ist ja automatisch das instabil ist, da kann man gar nichts mehr dagegen machen. Genau, ja. Ich glaube, ich hab mir irgendwann mal gelesen, dass... ...möglich ist ja immer... ...dauerregen... ...und keine solche... ... solche Geschichten... ... dazu gibt, dass es dann ein bisschen stabiler wird. Äh... ...so genau habe ich mir jetzt, wenn wir das jetzt auch nicht erkundigt, aber... ...kommt ja gut auch sein. Ich glaube, das ist eine alte Version von dem Ganzen, also... ...ist das letzte, was wir gemacht haben. Recht merken, Sven. Alter, wie viel Zeug da brauchst du für einen reinen Generator? Jaaa, natürlich darfst du. Wie ist jetzt zur Fledermaus? Äh... 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 Ja, das... Haardruck? Ne, H war ja der Ding. Welcher Brustraum war das? Scharfes Es oder Apostroph. Ja. Ah, und wenn ich jetzt da... Äh, wie kann ich das denn... Achso, okay. Jetzt bin ich schon mal gemorpht und jetzt... Ah... Ah... Dann... ...brauch ich... ...Candida... Das klingt ja komisch, wenn man sich verwandelt. Das ist ja Knirschen. Mhm. So, also gesammelt habe ich schon mal ein wenig was. Ein Batterien... Iron Blade... Zinn... ...kann man auch drehen. So, jetzt brauch ich erstmal wieder Holz. Ist wahrscheinlich wieder Nacht, ne? Oder? Ich hab immer das Glück, wenn ich oben bin, ist Nacht. Generator! Ja! Ah... Watt sagen wir mal GZP Bücher. Ah, der erste ist wieder so weit. Sehr schön. Mach mal noch einen... ...eisen... Da... Ah... Es wird jetzt eigentlich alle Patterns... ...bam... Ach man... ...fairness... ...habe ich sowas noch rumliegen? Würde ich... ...manfairness... Das ist die Frage, können wir uns schon... ...und dann... ...weil braucht das andere Buch. Das ist das rote. Da ist Tools. Gut, eine ordentliche Spitzachs kostet... ...eh fast nichts. Jetzt ist die Frage... ...was bringt was? Kaktus. Okay, es ist auf jeden Fall eine... ...Couplestone... ...ein Ding wär nicht schlecht. Ne, ich war gar nicht am Gucken. Klang grad so, als wenn du dich auf den Weg machen wolltest... ...wolltest du auch sagen, so spät ist es da noch nicht. Toolrod... ...mach... ...aus was machen wir den Toolrods... ...werden da praktisch... ...was ich jetzt schon hab... ...entweder Iron... ...deine gute Durability... ...ja, machen wir jetzt das ganze Ding aus. Iron... So dum 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 dum. Achz. Also, zuerst muss ich jetzt noch was anderes machen. Ähm... Aluminium. Bei Aluminium und ein Copper machen... Alu... Minum. Sehr schön. Kimi, 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 Kimi! Alles, okay... Das Aluminium... ...aus dem Krie... Bei Ross, das heißt noch Er kommt mal dazu und dann sollte das ganze passen Achso Hab ich eben... Ich hab wirklich kein Gummi mehr Mein Laptop ist halt gut Deswegen Naja, geil Ähm, Furnace Ja, gerne, gerne Furnace Redstone und Ding, okay Iron Furnace Redstone Und ein Kabuff drauf Boah, das...